Das ist sehr gefährlich, weil ich weiß nicht wie gut du gepolstert bist. Nicht so. Ja, das würde ich nicht... Also jedenfalls nicht in der Innenseite. Ja, das würde ich nicht machen. Also ich mach dann auch nicht, weil ich hab ja auch nur Leder. Ja. Mach ich! Versuch's doch! Ja. Na dann meine Babkünste ausgepackt! Ja! Nein! Bahhh! Ha, ha, ha! Blech! Blech! Ha, ha, ha!